Wo ist die Kaffel? Wo ist die Kaffel? Kaffel! Sie ist nicht ihr! Ha! Gefunden! Sie ist mein und die Macht gehör mir! Achtet ihr, welche Unversuch! Oh nein, Frau Königin, Frau Königin! Was ist denn jetzt schon? Was haben Sie mit der Gabel gemacht? Ich doch nicht! Wer sonst? Weiß ich doch nicht! Wissen Sie überhaupt etwas? Ja, eigentlich, weil das Wasser nass ist! Lassen Sie mich mal überlegen! Denken Sie mich schneller! Nerven Sie mich nicht! Die Superhelden! Welche Superhelden? Bringen Sie mir einfach das Telefon! Bitte! Eben steht! 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 Ja, was ist das? Warum geht der so komisch? Ach, wir hatten gerade nichts dazu. Wesentlich haben Sie uns gerufen? Die goldene Gabel, sie ist weg. Äh? Was ist das? Eine Mastgabel? Goldene! Ja, was ist das für ein Problem? Das ist eine Weltkatastrophe. Ja, und wo ist sie denn? Das wissen wir doch nicht. Ja, wir auch nicht. Wo kommt gleich die Superhelden? Wir wissen es ja, ey. Was? Ja, was denn? Erinnerst du dich? Ah, ja, letztes Mal ist das so ein Idiot vorbeigefahren mit seinem Mund, oder? Der Rotten mit dem schwarzen Wander? Ja, genau der. Der hat den goldene Gabel. Und ich glaube, ist so um den nächsten Plan, den nächsten gefahren. Halt ihn nicht. Wir könnten ja da hinreisen. Ja, Schluss aus Wasser. Ich fahre mal jetzt mit dem Zeitraxi. Halt ihn nicht vorbei. Halt ihn nicht vorbei zur Rottenfahne, los. Eins, zwei, drei, Brillen auf. Nein, das sind immer schädlich für die Augen. Hatten wir schon Selbsterfahrung. Und los geht's. Halt ihn nicht vorbei zur Rottenfahne, los geht's nicht vorbei zur Rottenfahne, los geht's nicht vorbei zur Rottenfahne. Halt ihn nicht vorbei zur Rottenfahne, los geht's nicht vorbei zur Rottenfahne, los geht's nicht vorbei zur Rottenfahne. Ich denke, ich werde sie niemals trennen. Niemals. Stopp. Wirf sie sofort ins Gefängnis. Uah! Vielleicht jetzt spinnst du. Ich weiß, wie das tut. Es gibt keine Reise, ohne dass man fangt. Ich bin wieder ein, wenn wir auf meine Planeten. Aber jetzt gehen wir schlafen. Gut, die Tränen. Du, Stöber-Sahler, du da. Vielleicht spinnt sie irgendwas. Ah! Was ist denn der schon wieder? Was ist denn der? Und raus. Was ist denn das für ein Schrott? Nicht einfach. Mit. Machen wir's zu Geld beim Flurmarkt. Ja, und dabei kannst du's erst mit dem Kratz-Dokumenten. Ja. So, jetzt du uns warst. Und wir holen uns bitte Schick. Ja, ja, ja. Wir sind schon wieder holen. Hä? Was will ich wohl hoffen? Wenn du nicht recht hast, musst du uns wieder ausfahren, gell? Jetzt machen sie schon, beeilen sie sich! Beeilen sie sich! Schau, wir schlafen ein bisschen. Ja, ja. Was ist denn da? Was machst du denn da aus? Gut, dass du mit dem Rückenkanz haben? Der hinten kommt. Ja, ja. Das ist, was wir suchen sollten. Wuscht ich mir mit die Kasse zu halten? Ja, ja! Tja! Tja! Du weißt ja nicht mal, wie mein Taxi fliegt. Es sind wirklich drei echt supertolle Superhelden. Wussten wir schon. Sehr lange. Jetzt gehen wir zur Rückreise auf die ALA. Und dann auf, die Wesenjahre ist geschehen für die Augen. Aber das hab ich jedem zweimal gesagt, oder einmal. Und los geht's! Endlich sind sie weg! Endlich sind die Leute wieder weg! Endlich ist auf meinem Planeten wieder Frieden. Nur wegen einer verrückten Gabe. Was? Die Gabe? Ich interessiere mich sehr für diese Gabe. Wo ist die Gabe? Ich hab hier nicht, aber es haben so Leute mitgemommen. Und sind mit einer Maschine weggeflogen. Acht, was? Das kommt wieder zu spät! Oh mein Gabelmann! Und die Moral der Geschichte? Keine goldenen Gabel nicht. Gute Nacht!